herzlich willkommen auf einem neuen video auf meinem kanal neuen video auf meinen kanal auf meinen kanal ich bin heute unterwegs auf floss place tour mit dabei die alten toiletten knackstür was denn da los hat einer geschlafen oder was das wissen wir noch nicht so genau und das hat drinnen als schlagraum die alte küche anscheinend krasser scheiß da ist die eingangsverdung wo man versucht haben reinzukommen hier sind noch mal toiletten ne duschen haben wir noch gar nicht gesehen da geht es an den keller die tapete ist heftig auf jeden fall sind wir immer noch im keller von dem gebäude und hier ist noch ein bisschen was vorhanden also hier seht ihr das da ist noch ein bisschen werkzeug und so vorhanden alte kelle ein paar fliesen und boden also quasi was zum bodenschrubben hier waschbecken ist noch da saugeil alter hier da null probleme oder als da unten sauer macht lustig spreewaldkuchen und was ich saugeil fand das jetzt befindet sich jetzt in dem raum hier guckt euch das jetzt an ein uraltes telefon krasser scheiß was ich ja total faszinierend finde ich frage mich für was das hier hat ja das ist das gut ablauf wird zwar da aber wo soll sie sich dann geduscht haben sollst du dann gehen wollen wo hoch nehmen ja wohl und wenn es recht haben gehen wollen wo hoch nehmen aber wie viel dann die flot in die wasserleiche umsetzen ja genau das ist das was ich mir jetzt sagen gedacht ja das ist das was mir gerade gedacht hat ja das ist das was mir gerade gedacht hat aber ja das finde ich voll faszinierend seht ihr das die haben das noch mit bleistift strichen haben die das neu gestrichen und haben das noch mit der hand drauf geschrieben licht und kraft anschluss schaut euch mal die alten sicherungen an das sind ja richtiger bretter das ist ja total unfassbar das ist total verrückt und wir suchen die treppen wir suchen die treppen wir schauen uns wie der hoch geht ich bin der treppensucher der treppensucher waschbecken dritte einheit treppensucher treppe dann kicken wir mal na kicken wir mal auf jeden fall sau interessant aber im keller unten war es total kalt also der leck mich fett ja ein ziemlich großes gebäude eigentlich sogar das ist das die 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 ja da sind die klos hier haben sich dann alle gewaschen aber es sind ja noch uralte becken also kann das mit 94 mit 94 verlassen kann schon stimmen krass die alten tapeten triggern mich voll schade ja das ist das einzige was halt wirklich nichts mehr an gegenständen da steht und da steht noch ein alter schrank drin aber das war es dann haben wir auf dem nva gebäude was kunden auf jeden fall sind wir hier oben auf dem dach sehr geil aber eins soll an dieser stelle gesagt sein wenn ihr auf lost places unterwegs seid da habt nur wieder an gefallen und macht macht nicht so wie wir und krabbelt auf keine dächer rum wo ihr euch nicht sicher seid dass das dach stabil ist weil sonst könnte es sein dass sie gleich mal 1 80 tiefer liegt und dann rettungswagen rufen müsst und das ist vielleicht nicht so toll deswegen bitte nicht nachmachen und auf irgendwelchen dächer hier sind wir in der weiteren location und zwar ist das eine alte porzellan fabrik die ist auch schön die ist auch für ewigkeiten verlassen ist ausschaut aber ein krasser scheiß ich vermute mal verlassen geworden ist 93 hätte ich jetzt behauptet weil da oben ist nach 93 kalender krasser scheiß da hinten geht es dann auf anscheinend da war alter kessel hin oder so total verrückt der ist ja vollkommen crazy boah geil alter die brennöfen alte bücher das ist so verrückt ihr seht ja hier ist noch so viel einregend richtungsgegenstände da das ist total krank schaue ich das an das ist total verrückt also ich finde es ich bin so begeistert davon das unfassbar mein klar die schon eingestürzt und alles nach so wie es hier seht ja hier ist immer viel davon übrig aber wenn ihr mal schaut ist trotzdem noch sehr viel da was im endeffekt genutzt werden kann und gemacht werden kann also das ist total verrückt dommel war schon ganz oben und wie hieß das oben da hinten ist auch noch was da hinten ist auch noch was das macht mir irgendwie angst und dann mal aufpassen alles ist das da würde ich nicht weiter gehen also jetzt da geht es abwärts mein freund sind wir oben angekommen und dommel seht ihr dommel ist total begeistert und hier oben hast du auch noch mal tausende gussformen für irgendwelche portionanteile das ist komplett durch und was ich total faszinierend finde ist dass im endeffekt sogar noch der brennofen hinter steht das ist total verrückt also wahnsinn also das ist heute so für mich mal ein highlight seit ich lost place mache ja mal ein gebäude gefunden zu haben das so aussieht das ist für mich jetzt gerade ebenso wie so ein kleines kind absolut absolut geil absolut geiler scheiß wir sind an einer weiteren location und zwar ist das eine alte verlassene villa und wie ihr sehen könnt ist zwar nicht viel drin aber ist echt krass absolut krass guckt euch die Schubdecken an wahnsinn wahnsinn hier sind alte hier sind alte Sachen die außen wahrscheinlich in platten waren auf jeden fall das ist schon krass das ist schon total verrückt weil da guckt euch das an wahnsinn wahnsinn das ding ist ja ringsig was mich total trickert was mich total trickert ist das hier seht ihr das unfassbar krass das ist schon krass das ist schon krass schaut euch das mal an das ist schon total verrückt ist schon krass der ist schon krass das ist ja das ist schon krass das ist ja wahnsinn total verrückt total crazy total crazy wenn sowas verfällt, das ist total verrückt crazy